Alles, was du zu unseren Carbon Colors UV-Nagellacken wissen solltest, erfährst du hier. Die Yolifin Carbon Colors UV-Nagellacke lassen sich einfach und schnell auftragen. Sie halten perfekt bis zu drei Wochen ohne zu splittern oder zu zerkratzen. Um die Farbintensität zu erhöhen, kannst du die Farben auch in zwei dünnen Schichten auftragen. Mit den Carbon Colors UV-Lacken lassen sich im Handumdrehen strahlende Nageldesigns gestalten. Härte die Farben zweimal zwei Minuten im UV-Gerät aus. LED-härtende UV-Nagellacke benötigen 60 Sekunden Aushärtezeit im LED-Lichthärtungsgerät. Als Untergrund brauchst du den Yolifin Carbon Colors Base Coat, der zwei Minuten im UV-Gerät ausgehärtet wird. Zur Versiegelung trägst du den Yolifin Carbon Colors Top Coat auf. Die Aushärtung kann hier entweder mit dem UV-Gerät oder der LED-Lampe erfolgen. Entferne die Schwitzschicht mit Cleaner und fertig ist dein Design. Pretty Nail Shop – jedes Mal ein Päckchen Glück.